Und dann kann er anfangen, dann kann er Holz verkaufen. Kev, 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 was machst du da gerade? Kev, bitte nicht, bitte, oh mein Gott, Kev! Alter, der hat das einfach komplett abgefackelt, der Verrückte. Das wird das größte Projekt, das wir jemals gemacht haben. Wir haben jetzt ja hier oben unseren quasi den ganzen Wald so fertig gegrindet und so. Und es ist mal wieder Zeit, im digitalen Bauklötzchenspiel ein paar Dinge auf künstlerischste Art und Weise zu vervollständigen und sich dann künstlich darüber aufzuregen, wenn sie jemand anzündet. No Front. Wir checken jetzt mal ganz kurz. Trimax hat den Honig-Golem gebaut. Wo ist der? Hier ist der Melonen-Golem. Und wo ist der Honig-Golem? Der Drache sieht ja auch ganz weird aus, Alter. Hier ist kein Honig-Golem. Was ist das denn? Ach, Digga, nee. Ach, Digga, nee. Och, Mann. Och, nee. Doch nicht wieder bei meinem Haus, Alter. Och, Junge. Kommt der hier hin, der Honig-Golem? Was macht der denn hier? Was passiert denn hier? Wer macht hier was? Wer ist das? Das hat Trimax gebaut. Er hat ja noch nicht gebaut. Da kommt der Honig-Golem hin. Ach, nein. Und das liegt hier alles trocken, oder wie ist das? Darf ich das so... Ist das so richtig zu verstehen? Richtig. Ist mir egal. Wir weiten uns eh in die Richtung hier aus, wo uns nichts abf***en kann, was die bauen so. Ja, Leute. Ich hab ja hier... Ey, jetzt mal ganz kurz. Butter bei Fische. Ich hab ja hier... Ich hab ja hier was Bignes vor, so. Ich hab ja Bock, hier was Großes zu machen. Und möchte ja hier hingehen und hier ein komplettes Tal daraus machen. So, das Erste, was ich hier machen würde, ist, glaube ich, tatsächlich... Glaube ich mich hier an die Brücke so ein bisschen ranmachen, Leute. Und damit quasi anfangen, ja. So, wir machen jetzt erstmal die Brücke. Ich hab zumindest... Also, ich hab hier, wie ihr seht, ordentlichst gefarmt. Petra hat mir noch Blackstone geholt. Den Rest hier hab ich mir zusammengeklabüsert und geformt quasi. Achso, ich soll nochmal kurz in mein Haus gehen. Was ist in meinem Haus schon wieder? Oh! Hallo! Alter! Okay, das ist cute. Süß, Mann. Okay, wir lassen den jetzt erstmal hier unten. Da passiert dem hier auf jeden Fall nichts. Süß aber. Wie geil. Dankeschön. Wie korrekt, Petrit. Es ist halt so super eklig, finde ich, kompletten Symmetrien hier wieder zu folgen. Das wird jetzt wieder richtig eklig werden, Leute. Ich hab mir so leichte Gedanken gemacht. Ich würde auch gerne mit Quarz wieder bauen. Das Ding ist nur, der Kev, kannst kurz DC-1-Deck oder was? Maybe kann man da ein bisschen verhandeln. Wir schauen mal. Hallo? Guten Abend, die Herren. Tag, Leute, ey. Was ist denn bei Ihnen die Sache gerade? Ich baue gerade ein automatisches Lager und wollte Basti eine Tour geben. Also eigentlich nichts. Das ist doch entspannt. Basti, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Und dir? Ja, auch. Sag mal, Kev, ich hab eine bestimmte Frage an dich. Wir sind Nachbarn, ja? Ja. Und es liegt dir doch sicherlich auch etwas daran, dass die Nachbarschaft schöner wird, ne? Also, sofern du natürlich mit einbeschließt, dass dieses Raumschiff nicht zur Hässlichkeit beiträgt. Nein, tu das nicht. Das Raumschiff ist schön. Dann bin ich dein Mann. Wer geht dir auf den Sack? Nee, mir geht keiner auf den Sack, Kev. Ich frage nur im Interesse der gesamten Nachbarschaftsvereinigung die Preise, die du für Quarz erhebst. Wie waren die nochmal genau? Nur, dass ich das mal ganz kurz einrufen kann. 32 für einen. Gibt's da vielleicht sowas wie einen Nachbarschaftsrabatt? Gibt's da irgendwie sowas? War da nicht so eine Ferienprogramm? Wie viel brauchst du denn? Ich baue halt gerade eine Brücke. Ich kann's nicht genau absehen. Wo baust du die Brücke denn? Ich bin bei dir am Haus. Geh mal kurz zu meinem Bein. Warte, ich komme mal hoch zu euch hier. Hier ist der Brunnen und so. Das sieht ja nice aus, wer hat das hier gebaut. Alter, Revi, hast du das gebaut? Ja, das war alles ich, das war alles ich, ja. Kev, komm mal her. Guck mal, hier ist aber noch der Bier der Nachbarschaft. Passt auf, ihr seht ja hier schon die kleine Schlucht so, ne? Die ist ja noch nicht fertig so. Die wird ja nochmal schöner gemacht, ne? Ja. Aber ich dachte mir so, boah, weißt du was? Irgendwie reicht mir das nicht. Das geht halt hier so rum. Und ich habe jetzt hier vorne noch angefangen. Schau mal hier. Ja, ich sehe es. Hier, komm mal hier. Siehst du hier, Kev? Ja, ich sehe es. Ich bin auf der anderen Seite. Hier die zwei Schluchten wollte ich halt noch miteinander verbinden quasi, ne? Und dann soll hier eine komplette Stadt entstehen. Eine Stadt. Das ist ja auch in Sichtweite deines Raumschiffs tatsächlich, ne? Ja, stimmt. Und da ist jetzt halt die Frage, die Preise. Wie sind die genau? Nur, dass ich das mal irgendwo, sag ich mal, so ungefähr... Also als Nachbarschaftsrabatt kann ich dir auf jeden Fall 50% Ermäßigung geben. Das ist sehr stark. Das ist sehr stark, wow. Das heißt, du würdest ein Stack für einen Dia kriegen. Das klingt nach einem saugeilen Angebot. Das können wir nachbarschaftlich so machen. Aber ich muss gerade mal gucken, was ich da habe. Ja, ja, macht dir da keinen Stress. Also du kannst, wenn du das möchtest, du musst halt auch, also da wir ja nicht häufig zeitgleich online sind, wär's clever, wenn du auch im Shop guckst, weil du kannst da ja dann halt einfach statt ein Dia pro 32 legst halt einfach ein Dia pro Stack rein. Und dann weißt du, dass ich das gewesen bin? Nicht, dass du dann irgendwie da in deiner Buchhaltung, ne? Das weiß ich im Endeffekt nicht, aber das Geschäft basiert halt auf Vertrauen. Und vertrauen können wir uns, Tchkev, das ist klar. Selbstverständlich. Wir haben hier, wir haben, wir verstehen uns, der Diamant, der ist an der Tür. Der bleibt doch da. Was ist das für eine Biene? Der ist sicher. Geil. Findest du die geil? Ja, die ist voll geil. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die so geil ist. Die hat G-Time gebaut. Findest du nicht geil? Ah, Rewe, jetzt verstehe ich, warum dich die Biene stört. Warum? Die ist genau in deinem Blickfeld. Ja. Das Ding ist, weißt du, Basti, ich habe mir, wie du vielleicht siehst, in der Ästhetik des Ganzen noch nie so viel Mühe gegeben, ne? Das stimmt, also muss ich echt sagen, Lob an dich, Rewe, das sieht echt geil aus. Richtig, und das Ding ist halt, dass die anderen sich so wenig Mühe wie noch nie gegeben haben. Ja, guck dir mal, guck dir mal hier oben, was ist das für ein Kackschiff? Also, ich habe ja eigentlich gesagt, ich booste die TNT-Kanone nicht weiter, aber was ist das für ein fliegender Haufen Sch***? Das hat Patrick gebaut. Sollen wir es anzünden? Nein, ich meine, es wäre ja kein Problem, wenn das jetzt für einen Tag so ist. Mein Schiff sah am Anfang auch schlecht aus, es wird immer besser, aber das steht original seit zwei Wochen so. Ja, der ist da wohl dran, ne? Ich mache jetzt eine Ansage. Du machst eine Ansage? Ich halte mich da raus, ich habe mit Patrick, wir sind in good terms, so. Das ist nicht in Ordnung, das geht mir schon, ehrlich gesagt, die ganze Zeit auf den Geist. Und im Sinne der Nachbarschaftlichkeit, wenn du da anfängst, schön zu bauen, und wenn er irgendwann wieder aktiv anfängt zu bauen, dann soll er zu mir kommen, da weiß auch der Chat Bescheid, dann kriegt er von mir schön ein Tiergeschäft, und dann kann er anfangen, dann kann er Holz verkaufen. Kev, 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 was machst du da gerade? Er verbrennt. Kev, Kev, bitte nicht, bitte, oh mein Gott, Kev, Kev, Bro. Kev, das ist eine ganz, oh, du Sch***, Digga. Ich kipp ihm doch ein faires Angebot. Kev. Wenn er wieder anfängt zu spielen, ich gebe dir ein Diamant, Revi, der ist für ihn gedacht. Und wenn er dann wieder aktiv spielt, kann er sich für den Diamant ein Stack Holz kaufen. Bro, warum? Das ist echt heftig, Kev, so krass doch nicht. Das ist heftig. Ich hätte es noch nicht geleuchtet bekommen, to be honest, so wie der ausgerastet ist. Ich muss auch sagen, ich habe eine Sicherung durchgeknallt. Ich versuche ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Oh nein, Alter. Und was wird er als erstes denken, wer es war, Revi? Ja, natürlich ich. Aber ich werde es direkt... Nein, 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 ich tue ihm unten eine Kiste hin. Ich tue ihm unten eine Kiste hin. Bro, der hat sich wirklich richtig Mühe gegeben damit. Der wollte das richtig geil bauen. Richtig Mühe? Der wollte sich was richtig, der wollte was richtig Geiles bauen. Das baue ich dir in einer halben Stunde ohne Mühe. Alter, der hat das einfach komplett abgefackelt, der Verrückte. So, den Sia werde ich benennen. Der ist einfach komplett weg, das Schiff. Ja, weil das ist auch im Weg. Ey, ich habe mit dem Frieden geschlossen. Kev, ne? Ja, und er wird dir nicht glauben wahrscheinlich. Ja, gut, wir haben es auch Videobeweis jetzt, ne? Also... Doch, er wird dir glauben. Aber guck mal, ich bin noch kein Typ, der sowas macht und dann nicht seinen Namen irgendwo platziert. Ich werde dir schreiben, dass ich das war. Okay, wenigstens stehst du da. Hey, Petrit hat mir sogar Blackstone und sowas gefarmt, Alter, der Arme. Boah, der wird gut angepisst sein. Da kriegt er zwei Diamanten rein. Einmal kauft ihr davon Holz und der zweite ist als Entschädigung. Ich weiß nicht, ob das Kev, Bro, das geht richtig böse. Also, das weißt du, ne? Also, Kev, der wird dein Schiff in die Luft sprengen. Ich sage dir das. Das glaube ich auch. Kev, der macht das komplett kaputt, ne? Ja, das Ding ist... Aber bevor es kaputt geht... Dieses Ding... Das Problem ist... Nein, 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 hör mir zu, hör mir zu. Verhältnismäßigkeit ist ein Wort, was Petrit nicht kennt. Verstehst du? Also, der wird nicht sagen... Oh, jetzt hast du von mir Holz kaputt gemacht. Jetzt mache ich bei dir auch Holz kaputt. Ne, ne, ne. Der sieht, dass du bei ihm sein Schiff kaputt gemacht hast. Also, machst du... Jetzt macht er jetzt dein Schiff kaputt, Pet. Äh, Kev. Scheiße, Alter. LP mit Kev. Boah, das ist wirklich... Das ist hardcore, das weißt du, ne? Das war jetzt auch so ein Moment, wo mich sehr überrascht hat. Also, ich muss tatsächlich sagen, im Nachhinein bin ich auch etwas überrascht, weil eigentlich hat mich gar nicht gejuckt. Irgendwie ist, glaube ich, eine Sicherung einfach durchgeknallt. Scheiße, Alter. Das ist also... Das kann ich mir anders nicht erklären. Ey, und ich fange hier... Ich baue hier... Ach, Mann, Alter. Ich sehe doch jetzt schon wieder... Ich sehe doch jetzt schon wieder, dass ich da wieder Schiffe bekomme. Nein, wirst du nicht, Revi. Hier, ich bin an deiner Brücke. Ich habe vier Stacks Quarz für dich. Oh, du geile Sau. Dann gib mir vier Diamanten, weißt du was, und die schenke ich Petrit. Da hat er doch mehr, als er hatte. Der kann sich glücklich schätzen. Nee, 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 das wird er so nicht sehen. Das Ding ist, Petrit wird halt für die Zeit, sage ich mal, nicht aufkommen. Also, vier Diamanten sind nichts für ihn. Er will die Zeit zurückhaben. Das geht nicht. Ey, wenn ich mir jetzt Mühe gebe, ist das Ding in fünf Minuten wieder so gebaut, wie er das hatte. In fünf Minuten. Danke dir, Kev. Du bist sehr geil. Vielen, vielen Dank, Geilo, Mann. Geilo im Kontext, dass ich das jetzt hier bekommen habe, mit dem Ding, was da gerade passiert ist, nicht so Geilo. Habe ich nichts mehr zu tun? War ich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, ich bin echt gespannt. All in all. Wir haben im heutigen Stream Folgendes geschafft. Wir haben Beef mit Petrit mal wieder gehabt. Ganz geil. Nur mal diese Brücke ist fertig. Und das Tal hier wird super krass. Es wird das heftigste Bauprojekt, das wir jemals hier in Graventech kicken werden. Ganz wildes Ding. Wird natürlich wieder gestreamt heute. Klar. Ganz klares Ding. Ich freue mich drauf, Leute. Schaltet den Stream heute Abend wieder ein. 13. Dezember. Nicht vergessen. Wird ganz, ganz wild. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.